Gau wahrscheinlich sogar. Racktime Gau. Hallo my lady, hallo my darling. Ah, dieser Stock ist echt... Au, warte mal, das ist ein Hamster. Den ich nur in meinem Splitscreen zieh dich einfach nur rumlaufen. Weil das da drüben steht. Kann man ja irgendwie... Macht das Ding eigentlich, haben wir jetzt irgendwas hochgezogen gemacht? Ah, ja, du hast das Teil hier, den Stein damit hochgezogen. Was für ein Stein da ist hochgezogen worden? Warte, mach ich das nur weiter. Genau, ich gerade mal leg, was macht das Ding eigentlich? Ah, ich häng fest. Es läuft blau. Gar nicht überlegt. Ich hab's einfach... Aber fallen lassen, wenn nix mehr geht. Ja, ich hab die beim Wegen. Ich find's ja eigentlich echt angenehm. Ich glaube, das ist mir erliegen. Ah! Guck mal einen auf den Stein oben drauf. Ah! Ich würd hier gerne auch eben. Ah! Das ist einfach broken. Oh Gott. Ich geh schon wieder zur Seite fest. Was kommt's noch? So. Beide drauf? Ja. Wiggle, wiggle, wiggle. Bissam twerken, man. Aber ich kann einfach laufen. Das kann nicht so sein. Oh Gott. Oh. Halt dich fest. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Bis so weit hoch wie es geht. Ich spring. Ich bin drüben. Oh Gott. Oh. Oha. 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 Du solltest gehen. Ich wollt grad sagen, das sieht nicht nach Spaß aus so drüben. Lass mir die Brücke hier runter. Brücke? Brücke? Ah. Ja, ja. Das ist wieder Free Stooges, oder was? Jesus Christ. Alter, verpalt den Stock fest. Ich kleide am Stock hoch. Oder du ziehst mich hoch am Stock. Let's go. Oder ich zieh dich runter. Ich kann aber auch loslassen. Oh, warte mal, vielleicht ist in dem Haus irgendwas cooles drin für das Weiterbestehen. Jetzt spreche ich ins Wasser einfach und spawn auf dir wahrscheinlich. Wir machen einfach eine ländliche Leiter. Ah, hier ist ein Fass. Oh, da wird hier ein Fass rollen. Kann man nicht einfach von unten, gerade irgendwie hinlegen zu zweit Alkohol? Einfach Koordination. Ich hab's gerade probiert, aber. Besten in Koordination, let's go. Ich glaube, es ist auf der Seite, du auf der anderen Seite. Okay, das war keine so gute Idee. Aber ich ging's nicht hoch. Ich komm auf deine Seite. Ach Gott. Ich brauch ein Viertelstock. Was, was, was? Komm her und nimm diesen Stock nach oben. Und dann nimm dieses Brett damit nach oben. Ah, Mann. Das Seil da oben flippt immer noch aus. Oh Gott. Okay. Guck mal, ob ich da oben spawnen, ich da jetzt Wasser springen. Das ist problematisch. Äh, wo bin ich gespawnt? Ich bin da oben gespawnt, kannst du das Wasser springen einfach mal. Ja, okay. Lernt, was wohl mit schiefen. Okay, dann muss man echt fass auch rollen. Kann man das Haus nach oben laufen? Ja, da gibt's die Treppe nach oben einfach. Sind Barrels runterrollen lassen. Do a barrel roll. Ja, do the barrel roll. Oh, oh. Oh Gott. Oh. Das war nicht so erfolgreich. Oh. Oh, warte mal. Warte mal, kann sich einer in die Barrel setzen? Das wollte ich gerade machen. Muss man bestimmt die Barrel nehmen nachher da drüben und auf der Barrel hochklettern. Also, die Barrel, da passt niemand rein. Oh, zum Rollen kriegen auf jeden Fall. Die darf nicht. Die muss hier rollen, Mann. Du Gott. Ah, der ausrichten hier. Die Barrels rollen, nicht du. Oh, yeah, yeah. Ist die Ramp ist frei, gerade? Ja, die Ramp ist frei. Ich krieg die nicht gerade ausgerichtet. Ja, wird schon gehen. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Das ist mein erster Versuch. Yes. Yes. Der kann halt voll runterrutschen, wenn du nicht ragdollst. Wie geil ist das denn? Oh, wenn du nicht ragdollst? Okay. Wenn du nicht ragdollst, dann rutschst du einfach auf dem Arsch runter. Einfach nur runterlaufen. Oh, hey. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist der? Da ist er. Oh, die Scheiße. Ja, stellen wir die Barrel mal auf. Ich will dir. Ah. Nein, 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 nein. Nein. Nein, Alkohol. Hilfe. Hilfe. Help me, please. Ich bin gerade. Alkohol wird der Ruppe. Ich bin dabei. Ah, so. Yes. Thanks. Ach, da müssen wir jetzt auch glitern damit. Okay. Daran. Oh, nein. Nein. Jetzt steht die Barrel immerhin, einigermaßen. Richtig. Ja, das stimmt. Hä? Und los, der nächste. Oh Gott. Okay, okay. Da oben. Da musst du echt gleich weiterspringen. Sonst bricht man sich beide Beine durch. Ah. So. Nein, nein, nein. Alkohol was? Was tust du denn? Ich kriege die Barrel aufstellen, aber guck mal das. Oh, hier mit dem Buddyjack, man, mit der Brust dagegen springen. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist hier? Ey, du mit deinem ausladenden Twerking-Hintern, warte mal. Hallo. Okay, bevor du die Barrel wieder zerstörst. Ah, der ist weiter. Okay, warte mal, das war nicht hoch genug. Guck mal von oben zu, einfach. Äh, Moment. Du kannst du es. Ach, komm. Ey, so eine Scheiße. Was macht ihr denn? Ich, keine Ahnung, ich hab mich zu weit hochgezogen und bin dann vorne runtergelaufen. Einfach Aufhängung nach vorne lassen und dann erst die Hände loslassen. Warte, ich zieh dich hoch. Warte, lass mal los. Ich zieh dich hoch. Lass du meine Eier los. Lass meine Eier los, Digga. Was machst du? Oh, shit, Mann. Du musst das hart versuchen, kennst du das? Ja, ja, aber lassen wir die Eier los, ich kann dich hochziehen. Und mein Fuß vielleicht. Und die andere Hand am besten an die Wand machen, während das... Ich versuch's doch. Okay, das ist gut genug, gut genug. Lass die Rechte los. Nein? Ja, warte. Linke fest, Rechte loslassen. Ja, das ist gut, warte. Oh Gott. Okay, probierst du, Professor. Ja, das ist einfach selber. Hör mir da an. Hör. Wer dich jetzt weiter ist, das brauchst du dann. Voll schlimm. Du mal das gleiche. Ich bin sie gewohnt, oder? Ah, jetzt wollte ich dich gerade festhalten, aber... Ah ja, also okay. Ohne Scheiß. Ich kenne dich schon. Du wolltest dir helfen? Ich fäng grad auf. Was sagst du? Ich wollte wirklich helfen, bevor ich dich dann irgendwie die Klippe runterdrehe, aber ich wollte helfen vorher. Aber das ist die falsche... Das falsche Fenster. Ich bin bei diesem abgebrochenen raus, aber ich weiß nicht. Ich hab noch bei anderen rausgeguckt, aber... Ich hab hier gesehen, was es da zu tun gibt. Gehen weiter. Oha. Uh. Oh. Hier gibt's so ein paar Dingern. Auf verschiedenen... Ich geh halt die Arme... Okay, Mann. Ist immer noch mal eine Barrelot. Ja. Oh, okay. Das ist gar nicht wahr, Mann. Also, ein bisschen vielleicht. Aber... Gar nicht wahr. For the record. Das wollte ich eigentlich nicht. Bis ich gemerkt hab, was für einen Spaß es eigentlich macht, den mal umzubringen. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich auch nicht, Mann. Ging überhaupt richtig rum? Naja, unten geht die Tür auf. Ah, okay. Oh, das Tor ist auf. Ah, gut genug. Da hinten ging's doch irgendwie auf den anderen Turm hoch. Ah. Ja, passwort bis Alkohol da ist. Wohin muss ich. Ihr nicht. Erst du den hoch und dann durch dieses zerbrochene Fenster raus. Und dann außenrum hoch. Siehst du meinen Fuß? Nope. Okay, gut. Na, du bist richtig. Genau da raus. Ja, genau da raus. Du solltest mal aufhören. Jetzt. Ah! Genau da lang. Kannst von dem... Das ist... Von dem nächsten Teil raus. Kannst du dann auch direkt jetzt fützt du? Mach mal. Hopp! Was geht denn da oben? Ah! Irgend so ein Turm hoch mit so einer Zipplein, wie es aussah. Ah! Alter, ernsthaft. Wohlt er sich fest? Ach komm, mach den mal weiter. Ah! Wir können ja... Kannst ja irgendwo runterspringen vielleicht. Ja, ja. Das brauchen wir von uns. Oh, ja, kein Scheiß. Das ist ein Zipplein. Also, lass mal Zipplein gehen, Mann. Whee! Das sollte man nicht machen, aber... In dem Spiel klingt es mir eine gute Idee. In dem Spiel kannst du gut sagen. Wenn man da runterspringen, dann muss man auch gucken, ob man da irgendwo hinkommt. Also, Blein. Der enge Treppe, Mann. Ja, übel. Die Dark Souls, oder was? Der enge ist ein Ding, brauche aber wirklich. Zur Not gibt es die Geflügelschere. Oh, an so einem Ding runterrutschen. Du musst es richtig machen, dass beide zusammen runterrutschen können. Übel. Oder die tief festhalten. Hängst du es ran und Zippe aber noch nicht los und dann häng ich mich an dich ran. Äh, warte. Ah, halt nur eine Hand. Kannst du mal gucken, ob du schon vielleicht spawnst, wenn du runterspringst? Ja, macht den Karten die ganze Zeit. Ah, also noch nicht. Noch nicht. Aber ich probiere da oben zu. Kommst du nicht zum Zipplein, leider. Wir geschafft es! Dranhängen ist eigentlich nicht ganz einfach. Ja! Okay. Ja, nee. Nein, doch nicht. Ich will halt nicht gleich wegrutschen. Das ist das Problem. Ich glaub, nee. Okay, warte. Ich glaub, ich muss den Stock irgendwie anders halten. Du bist mal doof, du. Oh ja, das sieht besser aus. Du hast ein bisschen niedriger gehalten. Oder beide unten? Ah, ich war gerade fast drauf, glaub ich. Ja, 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 ja. Ich fasse bitte S hier. Fast drauf. Yes, 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 yes. Okay, häng dich ran. Ja. Gucken, dass ich nicht runterspringen, wenn ich runterspringe, dass ich nicht... Oh, ja, okay. Hier muss ich hoch, sonst mag ich es wieder aus, wenn ich hochspringe. Nur einhaken, ohne runterzufallen. Oh, fuck! Okay, warte, warte. Ich bin nur die Hälfte vom Turm runtergefahren. Ja, ich glaub, ich hab's auch gerade in der Position, wo es okay ist. Ich seh's zwar schlecht mit der Kamera, aber... Moment. Ah, die scheiß Physik, ich rutsch auf dieser scheiß Schreie hier immer so ein bisschen runter. Bin noch eingehakt. Okay, du kannst ja irgendwie... Kannst dich oben festhalten oder an mir hier jetzt. Ja, genau, spring los. Ich muss einfach nur nach vorne laufen. Häng dich ran. Okay. Let's go. Oh, voll auf die Glocke, voll auf die Glocke. Kein Geräusch. Oh, fuck. Thank you, mate. Thank you. Ah, da kannst du wie quasi im Modo bimmeln gehen. Ich will in der Glocke. In der Glocke. Kannst du mit der Glocke rumschwinken. Ist das der richtige Weg überhaupt? Ich hab keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur so ein... Wir können hier runterspringen. Keiner weiß es. Komm auf die andere Seite von dem Tor, kommen wir dann. Hallo. Ah, okay. Skid ab. Wir müssen wahrscheinlich eh darüber... Ah, wir müssen dann links rüber, wo wir das Tor gehen haben jetzt. Ja, klar. Stimmt, du kannst eigentlich zum Tor gehen. Das ist der richtige Weg. Mal gucken. Oh, stimmt. Sieht nicht so aus. Obwohl? Vielleicht, vielleicht. Hi. Hier kurz hochklettern. Irgendwas gibt's. Hey, Musik gibt's ja auf jeden Fall. Ich schicke noch was ab. Als es da schon weitergeht. Hey, Mann. Oh, hi. Hier geht's ja nochmal komplett ein anderes Stückchen weiter. Nein. Ich denke mal, das muss man runter machen zum Schwingen. Okay, ihr seid da drüben, und ich bin hier drüben. Wo bist du? Ich bin da neben der Windmühle. Das ist dann so ein halbes, eine halbe Mauer. Oh ja, oh ja. Da bin ich rüber, wieder nach rechts gehst und dann da hochklettern. Können wir nochmal ziplinen, oder was? Oh, fuck. Ziplinen oder rüberschwingen mit dem... Warte mal. Oh, tschüss. Da, voll daneben gesprungen. Ich hab mich überhaupt nicht rüberkommen. Komm hier an der Stelle. Verdammt. Ah, easy. Au. Ah, nein. Ich war schon oben und losgelassen wieder. Jetzt bin ich bleich. Au. Ah, okay, da muss man hoch und dann irgendwie... Ja, warte mal, hier musst du... Uhu. Hallo. Ihr seid jetzt noch zu dritt, soll mal MM zocken? Oh, wir haben gerade irgendwie Spaß mit dem Spiel. Moment. Ich muss mich hier an der Laterne über die... Ah, ich dabei habe. Weiß nicht. Allein schon Alkohol in Abgrund fallen zu sehen. Ja, müsst ihr wissen. Ja, vielleicht, vielleicht ging es später noch, aber den Level auf jeden Fall erstmal noch. Ja, das ist... Ja, wir machen noch und dann würde ich auch einen Kaffee machen. Guck mal, ich würde mal kurz sagen, dann würde ich auch erstmal noch einen Kaffee machen. Wie lange braucht ihr noch? Keine Ahnung, wissen nicht, wie lange das Level ist halt. Oh, okay. Wird nicht mehr so lange sein, denn wir sind schon ein Weichen drin. Okay, okay. Okay. Da kann ich... Der Chopper for 20 ist auch noch im... Nein! Oh, oh Gott. Oh Gott, nein. Seid ihr schon... Bin ich der Einzige an der Windmühle gerade? Ja. Ich war schon fast drüben und dann bin ich runtergefallen. Also warst du nicht drüben? Nee, ich habe mich schon festgehalten an der Kante. Ah, okay. Ist mir losgelassen. Okay, hier hat es auf jeden Fall gesaved. Das heißt, falls du es nicht schaffst, ich denke mal, wenn ihr jetzt tot seid, dann kommt du wahrscheinlich bei mir raus. Jo, hallo. Oh, oh. Wo solltest du geladen? Ich habe nur einen Schatten fliegen gesehen. Und dann, oh, 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 oh. Ah, hast du mal schauen, ob der... Guten Tag. Ist halt vorbei, bouncen. Oh Gott, das ist so ultra scheiße hier, wenn ich da dran hängen. Dieser Slump ist im Weg, einfach da. Huiiii. Ich kann gar keinen Schwung aufholen, wenn ich immer über die Gegend bounce. Also ist auf jeden Fall der Plan nicht erst mal hier. Oh, 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 hi. An dir festzuhalten von mir aus. An meine Mütze. An deine Mütze, ja, Mann. Ach, ich bin oben an der Windmühle, okay. Habe ich sogar oben festzuhalten können? Oh, 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 oh. Oh, das muss ich mal ausprobieren jetzt. Habe ich gerade die Windmühle mit meinem Körper aufgehalten? Ja, ja. Wow. Au. Nein, ich glaube, ich bin nicht oben an der Windmühle festzuhalten. Ach, ich habe mich unten auch noch festzuhalten. Oh, da seid ihr. Okay. Ich muss auch an irgendeinem Blatt rumschwingen. Yes. Hallo, meine Lady. Hallo, meine Darling. Hallo, mein Baby. Hallo, meine Honey. Hallo, meine Rack-Conn-Gal. Send me a kiss my wine. Baby, mein Herz ist auf dem Feuer.